Über den Abschuss dieser Rakete hat die ganze Welt geredet. Die russische Hyperschall-Rakete Kimchal. Bild hat Teile der 8-Millionen-Dollar-Rakete gefunden, die vom Patriot-Abwehr-Raketensystem abgeschossen wurde. Dass diese Hyperschall-Rakete abgeschossen werden konnte, eine sogenannte Kinchal aus Russland, ist eine kleine Sensation. Sie wurde vor wenigen Tagen hier in Kiew vom Patriot-Abwehrsystem getroffen. Und das, obwohl Wladimir Putin und die russische Propaganda behaupten, dass Hyperschall-Waffen Kinchal eben nicht getroffen werden können. Sie haben in der Vergangenheit hier erheblichen Schaden angerichtet. Teile der Hyperschall-Rakete sind noch gut erhalten. Für die Experten eine völlig neue Situation. Noch nie konnte eine Kinchal so detailliert untersucht werden. Der ukrainische Forschungsdirektor Rowin sagt zu Bild, er habe von dieser Rakete bisher nur gehört und sie ein paar Mal in Aktion gesehen, da sie nach der Explosion immer völlig zerstört war.